Handspannung mit der Karte Edelbox, 2, des Truppenpolts und Pink Meirat und zum Dela Ampel. Und zum Dela Ampel. Sehr gut! Schuss, Schuss! Wo bleibt die Nacht? Schuss! Schuss! Ja, war's also? ... als sich die Herz- und Kulor, die freilichst gewesen sind. Heute sieht das wesentlich disziplinierter aus. Es war auch klar, dass die Stewards ein ganz großes Auge darauf haben werden. Erste Runde, einige sehr spät in der Schikane auf der Bremse. Rauch Richtung Kurve 3, Eingang Schönberggerade, aufpassen aufs Umleben. Vorderrad sehr gefährlich mit Wegrutschen. Und dann zum ersten Mal unter Hammerdown, vor der Kalle, runter die Schönberggerade. Richtung Topspeak von ungefähr 300, 320 km. Der Grand Prix läuft bei Jaya vor den beiden KTM. Reck Binder auf Rang 3, 2 und Jack Miller auf Rang 3. Wir haben sehr, 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 sehr gesehen. Wir hatten eine 1. Corner-Collision, wie wir in der Sprint gestern hatten. Aber jeder ist unterwegs. Es gibt gute Nachrichten. Es gibt gute Nachrichten. All die Start-ups, 23 von denen sind noch in der Rache. Bad Nye, Lees. Die KTMs sind 2nd und 3rd, als sie passen die KTM-Brandstand auf der Öffentlich-Land. Auf der 1. KTM. Dann ist Jack Miller. Alan Tarkes ist in 4-Positionen. Er ist auf 1. Auf der 1. KTM. Daher kommt den Rache. Hier kommt die Rache. Die Rache, die Rache. Die Rache, die Rache ist ein sehr, 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 sehr. Ja, da hat man die Runde von der Rennleitung angezeigt bekommen, er muss ab jetzt seine Long Lap Penalty absolvieren, drei Runden hat er dafür Zeit, der Spanier, der gestern dieses Ton Guabo ausgelöst hat in Kurve 1 und die Long Lap Penalty bedeutet einen Zeitverlust von ungefähr drei Sekunden, dreieinhalb. Ich würde mal meinen, Jorge Martin verliert mindestens fünf bis sieben Plätze, nachdem das Feld jetzt noch so ist ein anderes Binderjagd, Pekoma, Jajakate, Indiagd, Dukati, die Reifen über 28 Grad sind natürlich das große Thema, wir haben, wie erwähnt, 38, 34 Grad Asphalttemperatur, die beiden sind mit einem Superstart bereits im Feld um fast eine Sekunde nach vorne gefahren. Der Hinter für Breitwinde, die nächste Nachricht, der Teamkollege Jack Miller, der Held Annex Marquez, mit der Gressini Ducati, der Held Nuga Marini, im Hinz der VE46 Ducati und das Teamkollege Marco Wilsäcki hinter sich. Das sind Verfolger auf den letzten drei, vier, fünf und sechs, das ist Anne Katerin, der Hinterkollege. Verfolger aus den Schildern, der in der Schildern, der Heldmann, auf die Schildern, der in der Schildern, der in der Schildern, der in der Schildern, der in der Schildern, die in der Schildern, die in der Schildern, das Ganze ist, die vier, fünf und sechs. Zweig, das ist das, wie Sie dann sagen, heute Abend waren wir. ... He's coming in next time. Mark Mark is in the meantime, he's down in 17th position at the moment, out of the reps of Honda. He's in the meantime, he's in the meantime, he's in the meantime. He doesn't crash as he did in the warm-up when he was practicing this early on today. No, that was openly executed, comes back into the race, took in front of Franco Morbidelli in 13th position. The reason he waited there for the third and final attempt is because of course the field is just a little bit more spread out than it was on lap 2. So he's lost fewer positions than he would have if he'd come in at the earliest possible opportunity. Fabio Guattararo is running around at the moment in 11th place. Fabio Guattararo is going to be a touch in the last corner. Yes, it is. Alexis Farrararo threw on Fabio Guattararo. But Guattararo started that because he was wide coming through the penultimate corner. Fabio Guattararo went far in the goal and then almost with Alexis Farrararo, the winner of Silverstone. The leading leader, the world champion, reacted to the pressure of Brent Binder, next time 26. So, we're in 1929. Ah, thank you, Benchman. Jaja, we're going to end up next soon. The first sector later appears in the last 20s, and that's when we're riding on the train. The first 2nd stop and on the train will be taken. The next 2nd stop and on the train will be in the 6th. So the next 2nd stop and on the train will be in the Kopi. The first 2nd stop of the train will be in theuld. Untertitelung des ZDF, 2020